Ja, Elisabeth Petz, hallo. Hi. Wir haben vor noch nicht allzu langer Zeit ein Interview geführt. Da warst du gerade auf dem Weg nach Teheran zur Frauenweltmeisterschaft. Das war kurz davor und du hast auch schon geübt, wie man das Kopftuch da trägt. Und jetzt sind wir danach. Wie war es denn in Teheran? Es war eine sehr interessante Erfahrung. Sie sagen, wobei ich habe am Ende kein Kopftuch getragen, sondern eine Skimütze. Das war wesentlich komfortabler und angeblich war das auch erlaubt, was mich dann selbst überrascht hatte. Aber gut, ich meine, die Kopftuch-Sache war die eine Sache. Es gab halt sonst nicht so viel darüber zu berichten. Ich fand es jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich im Vergleich zu anderen Turnieren. Aber die Organisation war okay? Die Organisation, die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Die waren sehr gastfreundlich, was ich vielleicht ein bisschen schade fand. Und es gab am ersten und zweiten Tag ein Buffet für alle. Und dann, als natürlich sich die Teilnehmerzahl nach und nach halbierten, wurde ab dem dritten Tag kein Buffet mehr angeboten. Man hatte nur noch die Wahl, in einem Restaurant im Iran, also im Untergeschoss zu essen. Und da hat es eben sehr lange gedauert, bis die Bestellung kam. Und das war halt auch nicht vom Essengewohnheit her auch nicht so besonders toll. Und daraufhin bin ich dann mal außerhalb sozusagen mit Dorian essen gegangen, was wesentlich schneller war als im eigenen Hotel. Das fand ich ein bisschen schade. Und es gab auch Bauarbeiten während der Matche. Das war vielleicht auch nicht so ideal, wobei ich sowas nicht höre. Aber andere sich angeblich darüber beschwert hätten. Dorian ist Dorian Rogozenko, unser Bundestrainer. Der hat dich da unterstützt. Ja, das lief auch eigentlich alles soweit ganz gut. Und ja, bis zu den Tie-Prag-Matchen gegen Krammling. Viele wissen nicht, was eigentlich in diesen Matchen passiert ist. Es sah so aus, dass ich die Nerven verloren habe, oder dass meine Nerven mit mir durchgingen. Das stimmt auch. Aber es ist halt etwas während des Matches passiert, was mich sozusagen komplett aus der Bahn wurf. Und ja, im Endeffekt war es halt so gewesen, Okay, die normalen Matchen... Was denn? Ja, Moment! Das normale Match ging 1-1 aus, und dann gab es die Verlängerung. Ich hatte eben Weiß gegen Pia und hatte schon nach der Öffnung wieder eine super Stellung. Und dann auf einmal mache ich einen Zug und sie antwortet auf diesen Zug mit Springer E4. Und das war halt... Ab der Stelle musste ich anfangen zu rächen. Das wurde eben sehr, sehr taktisch. Das war eine sehr, sehr komplizierte Partie, ne? Ich glaube, ich erinnere mich dann. Und sie spielt halt Springer E4 und ich habe angefangen zu rächen und habe dann eben auch gesehen, dass ich was übersehe. Und ich rechne so drei, vier, fünf Minuten, gucke auf die Uhr und sehe, dass ihre Zeit noch läuft. Und dann fing ich an, hm, was machst du jetzt? Sagst du ihr, dass sie vergessen hat, die Uhr zu drücken, oder sagst du es ihr nicht? Und ich überlegte noch eine halbe Minute. Und ich konnte aber auch in dem Moment gar nicht mehr rächen, weil ich nur noch damit beschäftigt war, ob ich es ihr sagen soll oder nicht, ob ich sportlich sein soll oder nicht. Und ich habe sie dann im Endeffekt auch gesagt, so nach einer halben, vielleicht war es eine Minute, die ich noch darüber nachgedacht habe, dass sie vergessen hat, die Zeit zu drücken. Und ab dem Moment ging meine Partie den Bach runter. Da ging gar nichts mehr. Passiert das häufiger bei dir, dass du dann, dass sich so, sagen wir mal, so kleine Details dann so aus der Bahn werfen? Ja, das ist aber ein kleines Detail, was eigentlich sehr selten vorkommt. Ich habe noch nie erlebt, dass gegen mich jemand vergessen hat, die Uhr zu drücken während eines Schnellschachwärtskampfs. Noch nie. Und Pia hat das auch gar nicht gemerkt. Ich meine, ich glaube, sie hat mindestens so fünf bis sieben Minuten ihrer Zeit für diese ganze Sache verloren. Aber sie hat es nicht gemerkt. Und sie ist dann auch in Riga bei der Rohmeisterschaft auf mich zugekommen und hat sich bedankt und hat gemeint, es hätte nicht jeder getan. Und sie fand das sehr sportlich. Und ich habe dann zu ihr gesagt, naja, ich habe ehrlich gesagt schon eine Minute darüber nachgedacht, weil laut viele Regeln darf ich mit meiner Gegnerin gar nicht sprechen. Das kommt hinzu. Aber okay, viele Regeln hin oder her. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob ich sie eben gesagt hätte. Auch Pia ist ganz nett. Pia respektiere ich schon seit sehr langer Zeit. Ich kenne sie eigentlich schon fast über 20 Jahre. Und für mich war sie immer sozusagen die Vorzeigefrau in Westeuropa. Und für mich war es auch eine Art Frau mit Vorbildfunktion für das westeuropäische Schach. Und sie war immer sehr nett. Und wir kamen immer gut miteinander klar. Und für mich war das dann eben auch ein Kriterium, ihr das zu sagen. Ich hatte mit ihr nie negative Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil. Für mich ist sie eine sehr angenehme Persönlichkeit. Okay, dann bist du ausgeschieden. Zweite Runde war es, ne? Ja, dann bin ich ausgeschieden, ja. Bist du dann direkt abgereist oder hast du das dann noch weiter verfolgt? Es war halt lustig oder was heißt lustig, es war vielleicht auch kein Zufall. Wir hatten den Flug so gebucht, dass wir genau in der Nacht nach diesem Thai-Break-Match einen Rückflug hatten, den wir hätten umbuchen müssen. Wäre ich im Wettkampf geblieben. Aber dadurch, dass ich ausgeschieden bin, konnten wir diesen Flug einfach wahrnehmen und waren faktisch so zwölf Stunden nach meinem Ausschied bereits wieder zu Hause. Zur neuen Weltmeisterin. Also Tan Song Ki hat dann etwas überraschend gegen Anna Muzi-Chuk gewonnen. Wie beurteilst du das? Ich meine, die Chinesen allgemein sind sehr gut trainiert, vor allem auch im Schnellschachbereich. Die haben sehr, sehr viele Turniere in China, also inoffizielle Turniere, wo sie gegeneinander Trainingspartien spielen. Das hat wahrscheinlich kein anderes Land. Das machen die Chinesen sehr intensiv. Plus, dass mir aufgefallen ist, Kutan Song Ki schienen sehr, sehr gute Nerven zu haben. Und für dieses Turnier ist, glaube ich, das Wichtigste ein bestimmtes Level. Sagen wir mal, du brauchst ungefähr 2,4,50 vom Verständnis her und gute Nerven. Und dann kann jeder das Turnier gewinnen. Es ist einfach so. Klar, Anna ist natürlich Top-Favoritin gewesen. Sie hat aber die ersten drei Runden zum Beispiel keine so schweren Gegner gehabt. Die erste vernünftige Gegnerin war gegen Stefanova. Das Match hatte sie auch mit anderthalb gewonnen. Danach kam, glaube ich, Kostnyuk. Da hatte sie Glück, dass Kostnyuk in Gewinnstellung die Partie eingestellt hat. Und danach ging bei ihr in der zweiten Rückrunde auch nichts mehr. Ja, und dann kam eben das Hauptmatch gegen die Chinesen. Und ich denke, Anna ist vom Schachverständnis ja mit einer der stärksten Spielerinnen. Vielleicht zähle ich jetzt mal nicht dazu. Aber sonst, eben nervlich betrachtet, finde ich, dass Anna eben ... Sie ist mental nicht so stark wie Tan Song Ki oder wie zum Beispiel auch andere Spielerinnen, die da ein bisschen routinierter sind. Ich glaube, Anna im Endeffekt ist eher so der nervöse Typ. Sie hat sich ja nachher so ein bisschen beklagt, dass sie da auf sich alleine gestellt war und keine Unterstützung hatte vom Verband und so. Ich glaube, das ging eigentlich konkret gegen die ukrainische Föderation, weil die ukrainische Föderation hat ja wahrscheinlich keinen Trainer gestellt. Ich meine, in Deutschland finde ich die Regelung ganz toll, dass eben der deutsche Schachpunkt den Trainer für die ersten zwei Runden mitnimmt, also mitschickt. Und da werden auch die Flugkosten und die Hotelkosten für den Trainer bezahlt. Das finde ich ein sehr faires Angebot. Und im Endeffekt haben das nicht viele Föderationen. Und einige Föderationen können sich halt alles leisten und zahlen komplett die Kosten für Spieler als auch Trainer. Aber die meisten können es halt nicht. Und bei Anna ist es halt so, ich meine, es ist klar, sie kommt sehr weit und es scheitert nicht an finanziellen Aspekten. Da muss sie halt den sauren Apfel beißen und auf eigene Kosten jemanden mitnehmen. Und für so ein Turnier in ihrer Position hätte ich das immer gemacht. Egal, ob ich am Ende dadurch 10.000 Euro vielleicht verloren hätte. Oder egal, ob Prinzip hin oder her die Föderation mir hilft oder nicht. Ich hätte es gemacht und im Endeffekt jetzt darüber zu klagen. Ich glaube, es ist wirklich ganz speziell, ging es um die ukrainische Föderation. Aber klar, die Chinesen, die schicken Leute halt mit. Aber man muss auch hinzusehen, dass alle chinesischen Spieler, glaube ich, 65 Prozent ihres Preisgeldes an China wieder zurückgeben müssen. Oh, ist das so? Also so, wie ich es gehört habe, 65, dann irgendwann ändert sich die Prozentzahl auf 50. Aber die kriegen halt die Ausbildung umsonst, die kriegen die Trainer mitgeschickt umsonst. Aber die müssen natürlich dann auch zahlen. Was zurückgeben. Die müssen zurückgeben, natürlich. Dann gab es noch ein, ja, nee, klar, weil nämlich der iranische Verband ja das Preisgeld nicht gezahlt hat. Das hatten wir gar nicht so mitbekommen. Ich habe irgendwann nur am Rande mitbekommen, dass es noch nichts überwiesen wurde nach Abschluss des Events. Und das war immer so gewesen, das Event ist zu Ende. Und dann dauert es noch maximal zwei Wochen. Wir haben das Geld auf dem Konto. Und dann habe ich eben Anna gefragt. Also ich habe Anna gesagt, sag doch mal bitte Bescheid, wenn du dein Geld kriegst, weil ich weiß, wenn Anna es kriegt, dann kriegen wir es alle. Das war halt so die logische Konsequenz. Und Anna war halt auch diejenige, die das dann sozusagen an alle Spielerinnen, die es wissen wollten, die Informationen weitergeleitet hatten. Und dann haben wir mitbekommen, dass die FIDE uns das bezahlt hat und nicht der iranische Verband. Und dass es dann noch irgendwie ein Eklat gab zwischen der iranischen Föderation und der FIDE, weil die iranische Föderation das Geld, was sie von der Regierung versprochen bekommen hatte, irgendwie nicht bekommen hatte. Und dann hatte eben die FIDE, glaube ich, mit Sperre der Spieler oder irgendetwas in der Art gedroht. Ja, den Verband gesperrt. Aber ich glaube jetzt im Endeffekt wurde das auch alles wieder behoben und die Regierung hat bezahlt und alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen, keine Ahnung. Alles gut. Danach warst du in Minsk, Europameisterschaft der Männer? Nee, ich war erst in Riga gewesen. Ach so. Ich war bei der Frauen Europameisterschaft gewesen. Ach, die habe ich vergessen. Ja, die Kamera. Was ist da passiert? Ja, gut, ich meine, ich bin im Endeffekt, glaube ich, Fünfter bis Achter oder Vierter bis Achter geworden. Und in der letzten Runde gegen Gajaschkina, die dann zweite wurde, gab es natürlich auch Momente, wo ich auf Gewinn stand und wo vielleicht ich schlecht gerechnet habe oder zu wenig gerechnet habe oder meine Kraft einfach nicht ausreichend war. Aber die Europameisterschaft an sich lief eigentlich ganz gut. Ich habe über meine Erwartungen gespielt und ja, es ist eigentlich, im Endeffekt war ich schon zufrieden, aber es war halt auch deutlich mehr drin. Beim nächsten Mal. Ja, bei allen guten Dingen sind ja drei. Also nächstes Jahr dann. Bei der Europameisterschaft davor bist du auch so. Hast du einen Titel mitgespielt? Da habe ich einen Titel mitgespielt. Da war es die letzte Runde, die ich verloren habe. Da wäre ich beim Remis dritter geworden, glaube ich. Und ja, und ich denke, vielleicht wird es nächstes Jahr dann besser und quasi abwarten. Keine Ahnung. Okay, aber dann Minsk. Dann kam Minsk. Die Männer-Europameisterschaft. Also offene Europameisterschaft. Und da hast du auch ganz gut gespielt, ne? Naja, eigentlich eher nein. Es ging halt, ich hatte eben so eine Art Fahrstuhlturnier. Also entweder hatte ich eine 2-2 oder 2-3. Da habe ich gewonnen. Und dann habe ich eine 2-6 bekommen. Da habe ich verloren. Und dann ging es immer so auf und ab und auf und ab. Bis zur letzten Runde, wo ich dann wahrscheinlich einen Großmeister wünschte hatte. Der hatte keinen guten Tag. Und da hatte ich praktisch fast den Sieg geschenkt bekommen. Das war gegen den Ungarn, Banusz, Tamasz. Und Minsk ist ja, also Weißrussland ist ja so ein bisschen ein unbekanntes Land. Wie war das da so? Also es ist sagenhaft. Aber Minsk ist, glaube ich, einer der saubersten Hauptstädte, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Unglaublich modern, sehr, sehr grün und sehr sauber. Also das war für mich erstmal ein sehr positiver Aspekt. Also unser Hotel war in Parknähe mit so einem Fluss. Und da konnte man sehr gut spazieren gehen. Man konnte auch joggen gehen. Also und da gab es eben auch noch Einkaufszentrum gleich in der Nähe. Also man hatte eigentlich alles, was man brauchte. Die Organisation war eigentlich sehr gut. Es waren halt mit 400 Teilnehmern waren es halt doch sehr, sehr viele Teilnehmer gewesen. Aber sonst war es sehr gut organisiert. Und ich glaube, alle von uns, die dort waren, also wir waren eine sehr große Delegation. Ich glaube, wir waren zu Siebz und Dorian war noch als Trainer mit. Aber alle waren am Ende eigentlich sehr zufrieden. Haben sich auch ein paar qualifiziert dann für den World Cup, ne? Es haben sich unglaublich viele qualifiziert. Das ist eigentlich kurios, weil am Anfang sah das nach fünf oder sechs Runden überhaupt nicht so aus, dass wir überhaupt eine Chance auf Qualifikation hatten. Aber dann der Endsport von Matthias, also von Matthias Blühbaum und von Widerli Kunin. Der Endsport von den beiden war gigantisch. Und bei Daniel hatte man das Gefühl gehabt, da hatte, da gab es eigentlich nie irgendwas, was uns in Zweifel ließ, dass irgendwie seine Qualifikation in Gefahr ist. Natürlich, der letzte Rundengegner war unangenehm in der Hinsicht, dass da Kovalenko schon vorqualifiziert war und natürlich ein sehr aggressiver Spieler ist mit weiß. Aber letztendlich war das vielleicht ganz gut so, weil der hat eben alles auf eine Karte gesetzt, verloren und dadurch hat sich natürlich Daniel noch mehr in der Setzliste nach oben katapultiert. Und wenn du da jetzt teilnimmst, kommst du dann da mit Plus Minus Null raus? Zahlst du drauf oder gewinnst du Preisgeld? Dadurch, dass es Frauenpreise gab und ich geteilte erste mit Olga Gierier wurde, ich glaube, da gab es vielleicht 800 Euro oder irgendwas in der Art, war ich am Ende wahrscheinlich bei mehr oder weniger Plus Minus Null. Vielleicht ein bisschen was drauf, weil ich Essenskosten noch zu zählen muss. Aber andererseits kriegen wir als A-Karte auch einen guten Zuschuss vom DSB und dadurch konnte ich die Kosten sowieso abdecken. Und ja, für mich war es eine sehr interessante Erfahrung und ja. Bei der Berichtüberstattung warst du nicht mit allem so richtig zufrieden. Hast du erzählt, du hast dich dabei was geärgert? Es gab einen Abschlussbericht von einem gewissen Herrn Thomas Richter auf der Chefs- und Nationalseite, wo eben dann ein Foto von mir veröffentlicht wurde und er eben dazu schrieb, dass er dieses Foto von mir entdeckt hat. Und dadurch, da ich nun mal deutsch bin, muss dieses Foto halt mit in den Bericht rein. Aber nur aufgrund dessen, dass ich deutsch bin und dieses Foto nun mal gemacht wurde und nicht, weil ich irgendwie in dem Turnier sonderlich auffiel. Und ja, diese Bildunterschrift, das ist halt ... Ja, man könnte darüber lachen, weil es eigentlich total dämlich ist, aber auf der anderen Seite frage ich mich, was haben denn die Schachautoren davon, irgendwie die Leute so irgendwie so negativ darzustellen? Ich meine, sie machen sich damit doch selber unbeliebt. Ja, ungerecht, ne? Das ist ... Ich weiß es nicht, ob es ungerecht ist oder nicht. Ich fand es halt ... Auf der einen Seite muss ich darüber lachen, auf der anderen Seite fand ich es halt rauchig, dass es wirklich noch solche Schachautoren gibt, die nichts Besseres zu tun haben, als irgendwelche negativen Aspekte in ihren Berichten irgendwie mit einzunehmen. Aber wenn du, sagen wir mal, wenn du schlecht spielst und dann kritisierst wirst, das ist okay, ja? Ja, aber hier wurde ich ja kritisiert, dass ich Deutsche bin und dass es ein Foto von mir gab und dass es, das halt dummerweise eben in den Bericht musste, ja, also ... Okay, ja. Zentrale Endrunde in Berlin, das war ein großer Event, aber du warst nicht dabei, ne? Ich war nicht dabei, das hat eigentlich ... Also Bundesliga-Eindrunde? Ja, es hatte eigentlich zwei Gründe. A, ich wollte eigentlich dort gar nicht hin. Und B, war ich froh, dass ich dort eigentlich auch nicht hin musste, weil ich die italienische Mannschaftsmeisterschaft zeitgleich hatte und dadurch hatte ich dann super Ausräte und das war für mich im Endeffekt auch viel attraktiver, als nach Berlin zu reisen. Aber du wärst ... Theoretisch hättest du in zwei Mannschaften spielen können. Ich hätte theoretisch mir jeden Tag aussuchen können, ob ich für Dresden oder für Hamburg spiele, das ist richtig. Also Frauen-Bundesliga oder Männer-Bundesliga? Du bist die Einzige, ne, den beiden? Filiz Osmaniocia, die hat an dem Wochenende auch bei den Frauen und bei den Männern gespielt, aber sie ist jetzt kein Stammspieler für den ... für USV Dresden, aber sie ist eben auch gemeldet, aber im Endeffekt hat es mich natürlich ... oder hätte es mich am härtesten getroffen. Und spielen die Frauen da ... Also wie ist das so angekommen? Haben die da gerne gespielt zusammen mit den Männern? Und zentrale Endrunde, ist das eine gute Sache? Oder wie siehst du das? Also im Vorfeld gab es halt sehr viele Diskussionen darüber. Ich glaube, es fing an, dass darüber diskutiert wurde ungefähr ein Jahr vorher. Und es ist halt so, wie es gelaufen ist, fand ich es persönlich etwas gemein, weil ich habe immer nur von irgendwelchen Seiten gehört. Soweit ich weiß, war der Rainer Polzin in diese Organisation der zentralen Endrunde als Berliner involviert. Und es gab ... Von Schwachfrauen in Berlin, ja. Ja, und es gab eben auch eine Absprache mit der Frauenkommission bezüglich der zentralen Endrunde mit den Frauenbundesliga-Vereinen. Wer ist die Frauenkommission? Die Frauenkommission ist eine Kommission, die jetzt aus Dahn-Peter Pötke als Vorsitzenden und dann gibt es noch den Rondio, ich glaube, das ist der Turnierleiter von der Frauenbundesliga und dann sitzt noch der Wolfgang Fiedler und dann sitzen noch einige andere drin. Keine Frauen. Doch, die Alisa Frey als Frauenreferentin sitzt da auch drin, aber das ist ... Naja, jedenfalls war es so gewesen, dass ... Ja, es hieß dann irgendwie von Rainer Polzin, dass sie mit Hockenheim gesprochen hätten und Hockenheim ... Ich war ja damals noch, bevor die zentrale Endrunde ausgerichtet wurde, war ich ja noch Mitglied bei Hockenheim gewesen und Hockenheim hätte angeblich gesagt, dass sie mich sowieso nicht einsetzen würden. Damit ist diese zentrale Endrunde kein Problem. Und die Frauenkommission hat ja dazu auch eine Tagung gehabt und zu dieser Tagung war ihm zum Beispiel Melanie eingeladen, Melanie Ohme, als Vorsitzende der deutschen Schachjugend, aber ich als aktiven Sprecherin wurde halt zu dieser Sitzung nicht eingeladen. Und ich, klar, als Privatperson mich dort einzuladen, ist wahrscheinlich nicht so günstig, weil ich bin ja die Einzige, die es betrifft, und die vielleicht sagen könnte, nein, das ist nicht so schön, weil ich würde gerne beides spielen, oder es könnte halt Probleme geben, ich brauche eine GM-Norm in der Männerbundesliga oder die Frauenbundesliga braucht mich für den wichtigsten Kampf um den Titel. Ja, keine Ahnung. Und jedenfalls, ich wurde dazu nicht eingeladen und die haben das eben alles dann so beschlossen. Und ich fand halt diejenige, die wurde nicht befragt, aber alle haben eben gesagt, ja, ja, ist mit Elisabeth kein Problem, Hockenheim setzt mich nicht ein. Und ich habe dann mal bei Hockenheim sogar nachgefragt, weil ich bin ja mit denen auch ganz dicker. Und die haben gemeint, das ist ja schwachsinnig, sie würden doch nicht ein Jahr vorher praktisch sagen, wer bei der zentralen Endrunde dann spielt, das können sie gar nicht, soweit planen die nicht. Und das weiß ich ja auch. Also da wurde nicht mit offenen Karten gespielt? Ne, also es wurden einfach irgendwelche Behauptungen aufgestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie auch von der Frauenkommission oder von Rainer Polzin kamen, aber die Art und Weise fand ich halt sehr traurig, weil man hätte es ja auch, man hätte wirklich mit offenen Karten spielen können. Und im Endeffekt, ich denke, die zentrale Endrunde ist ein super Event, ist eine super Werbeveranstaltung. Und es ist natürlich auch schön, wenn dann eben Frauen und Männer alle zusammen in einem Ort kommen. Und es ist bestimmt auch für Sponsoren interessant, wobei ich gehört habe, dass das Marketing in Berlin zu wünschen übrig gelassen hat, weil es waren über zehn Topspieler dabei, Karbov ernannt. Ein paar Weltmeister. Ein paar Weltmeister. Und im Endeffekt wurde doch vielleicht zu wenig Werbung darüber gemacht. Das hieß es. Das habe ich gehört. Ob das nun stimmt, weiß ich nicht. Aber man hätte das vielleicht besser vermarkten können und vielleicht irgendwelche potenziellen Sponsoren auch für das nächste Event mit vielleicht dann mit Simultan. Also man könnte dann eben eine zentrale Endrunde mit Simultan von den besten Spielern machen. Man hatte ja auch nicht nur die besten Männer dort fort, man hatte eben auch mehrere Weltmeisterinnen dort fort. Wie ist das nächstes Jahr? Gibt es da schon Pläne? Ich habe davon nichts gehört, weil keiner will ja mit mir darüber reden. Ich glaube, ich bin auch nicht wirklich so beliebt als Gesprächspartner, was das angeht, weil mich betrifft es ja wieder. Aber ich habe einfach nur gehört, dass es da Probleme gibt, weil angeblich die zentrale Endrunde an einem Sonntag, Montag und Dienstag stattfinden soll, weil der Dienstag ist der 1. Mai. Und dann ist halt die Problematik, dass es am Montag freigenommen werden muss. Und einige Frauen Bundesliga-Vereine sind halt dagegen, weil angeblich ihre Mannschaft eben aus sehr vielen berufstätigen Spielerinnen besteht und die müssten dann freinehmen. Und da gibt es halt Probleme. Und laut Turnierordnung ist ein Dienstag als Spieltag nicht vorgesehen und deshalb gibt es angeblich Klagen. Das habe ich gehört. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Okay, dann wir können auch über den Bundeskongress sprechen. Es gab ja so einen Streit in der Leistungssportkommission des Deutschen Schachbundes. Und da wart ihr auch so ein bisschen involviert als Kaderspieler und habt auch Partei ergriffen. Wie ist das so aus deiner Sicht jetzt gelaufen? Ja gut, wir haben Partei ergriffen und das ging halt in die Öffentlichkeit. Das war halt kein angenehmes Thema. Und dann beim Bundeskongress gab es dann halt auch neue Wahlen und dann ist, soweit ich weiß, hat der damalige Leistungssportreferent nicht nochmal neu kandidiert. Und dann gab es einen neuen Kandidaten mit dem Andreas Jakuczynski und der ist jetzt unser Leistungssportreferent geworden. Also wir können ruhig den Namen, der war ja Thomas Luther vorher. Und ich glaube, das Problem war letztlich, dass es nicht gut geregelt ist im Schachbund, wer jetzt welche Kompetenzen hat und welches Gewohnheitsrecht gilt und so. Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, liegt ganz an den Satzungen in Ordnung im DSB. Die sind halt vor 20, 30 Jahren, wann die geschrieben wurden, weiß ich nicht. Bei Gründung 1870. Du weißt es besser. Wahrscheinlich sind schon Satzungen, die 100 Jahre alt sind. Jedenfalls, ich glaube insgesamt, in jedem Sport ist es nicht günstig, wenn Ehrenamtliche mehr Macht haben als Hauptangestellte, weil der Druck eben bei den Hauptangestellten viel höher ist. Sie haben halt ihren Job, den wollen sie nicht verlieren. Und Ehrenamtliche haben diesen Druck nicht, weil sie sind halt ehrenamtlich, sie machen diese Position freiwillig. Aber dass sie über die Hauptamtlichen entscheiden können, halte ich eben für Gift, weil eben da kein Druck da ist, weil sie eben nichts zu verlieren haben, außer ihren ehrenamtlichen Kosten. Ja gut, aber ich weiß, was du meinst. Es ist ja auch so, dass die Angestellten ja praktisch auch die Kontinuität in dieser Arbeit leisten. Die sind länger da. Und die Ehrenamtlichen sind unter Umständen ja nur für zwei Jahre gewählt. Und dann gibt es neue Leute. Dann ist auch die Frage, ob sie die fachliche Kompetenz mitbringen oder eben die Erfahrung mitbringen, die die Hauptamtlichen, die schon mehrere Jahre dort sind und die eben in diesem Beruf drin sind, weil sie eben das fachliche Wissen auf jeden Fall haben müssen. Kannst du dir denn vorstellen, dass du mal irgendwie als Funktionär im Deutschen Schachbund aktiv wirst? Na, wenn ich mal Funktionärin wäre, würde ich trotzdem freiwillig darauf hoffen, die Satzung und Ordnung zu ändern, damit die Hauptamtlichen einfach, sagen wir mal, ein leichteres Leben haben oder weniger Druck oder weniger Stress haben. Weil ich denke, wenn man diese Sache ändert, gibt es einfach viel weniger Konflikte. In Kürze bist du aktiv bei dem Erfurter Frauenschachfestival. Das organisiert ja deinen Vater vor allen Dingen. Genau. Und das ist ja eine tolle Sache. Das ist das Zweite. Ja. Und du spielst ein Match gegen Alexandra Kosteniuk. Ja. Ihr seid ungefähr, seid ihr gleich alt ungefähr? Sie ist ein Jahr älter als ich, ja. Okay. Ihr habt schon oft gegeneinander gespielt und kennt euch gut. Ich glaube, sie ist die Gegnerin, gegen die ich am meisten in meinem Leben gespielt habe. Mein Vater hat mir irgendwann im Internet in der Datenbank nachgeguckt. Sie führt mit Plus Eins. Also es gibt Chancen, das wieder auszugleichen. Und hilfst du da meiner Organisation eigentlich mit? Bist du involviert? Wir haben vor ungefähr anderthalb Jahren angefangen mit der Organisation. Und wir hatten eben schon, also so eine Organisation hat eben immer sehr, sehr viele Seiten. Und es ist für Ausstehende vielleicht, sieht das einfacher aus, als es im Endeffekt ist. Aber immer, es gibt halt bei jedem, bei jedem Event, was man organisieren will, gibt es immer Probleme. Und es gibt immer irgendwelche Sachen, die man nicht vorher sieht und die dann einfach einen das Leben teilweise auch schwerer machen. Und dann gibt es eben noch Sponsoren, mit denen man reden muss. Und dann will der eine Sponsor das, der andere Sponsor will das. Und dann muss man das irgendwie in Einklang bringen. Und solche Sachen sind halt nicht so einfach, weil am Ende müssen ja alle glücklich sein. Ja, und da sind eben auch bei uns, war eine Organisation am Anfang, gab es schon Probleme eben auch bezüglich, weil wir wollten die Frauen-Schnellschach-Meisterschaft und die Frauen-Blitz-Meisterschaft mit nach Erfurt in unser Turnier integrieren. Mit einem bestimmten Grund, weil wir eben als Hauptsponsor auch das Reddison-Blue-Hotel in Erfurt haben. Und die möchten natürlich auch, dass die Hotelzimmer belegt sind. Und durch die Schnellschach- und die Blitz-Meisterschaft hätten wir eben mindestens 20 Hotelbuchungen für insgesamt vier Tage mehr gehabt. Und da wäre der Umsatz größer. Und das wäre natürlich auch für das Hotel gut gewesen. Und ja, es wäre einfach auch... Es bestand eben auch die Gefahr, dass eventuell, wenn man diese Meisterschaften nicht kriegt, das Reddison-Blue-Hotel dann sagt, sie sind mit der Ausbeute oder mit dem Umsatz nicht zufrieden. Und sie können uns dann halt nicht so viele Zimmersponsoren. Wer entscheidet das dann? Ja, die Schnellschach- und Blitzschach-Meisterschaften der Frauen, die wird von der Frauenkommission entschieden. Und die hatte damals vor anderthalb Jahren schon abgelehnt. Angeblich mit dem Grund, dass es schon mündliche Sachen mit anderen Veranstaltern gab. Und auch, dass es sich mit dem Frauenturnier in Bodenmais, was von Wolfgang Fiedler ausgerichtet wird, überschneidet. Und was da das Problem sein konnte, konnten wir nicht verstehen. Weil wir haben da mal geguckt, Bodenmais findet seit mehreren Jahren statt. Und da haben wir mal geguckt, wer dort mitgespielt hat. Und wer auch gleichzeitig nicht nur in Bodenmais gespielt hat, sondern auch die Schnellschach- und Blitz-Meisterschaften der Frauen. Und da gab es in den letzten zwei Jahren gerade mal eine Spielerin. Und wegen einer Spielerin sozusagen zu sagen, dass das Frauenschach ungünstig ist, das ist halt für uns... War nicht nachvollziehbar. War nicht nachvollziehbar, ja. Wie ist das mit der Unterstützung durch den Schachbund oder die Frauenkommission? Gibt es da eine Unterstützung? Also die Frauenkommission ist halt eine Kommission, die eben verantwortlich ist für die Terminierung der Frauen-Bundesliga und eben auch für die Vergabe von Schnellschach- und Blitz-Meisterschaften der Frauen. Und ja, mit der Frauenkommission, diese Sache jetzt mit Erfurt, die war halt sehr unangenehm, aber im Endeffekt... Also es ist nicht das Einzige, was mich an dieser Frauenkommission mächtig ärgert, weil es gibt immer mit denen Probleme. Und das Traurige an der Sache ist, man kann nichts machen. Der Deutsche Schachbund hat versucht, mit denen zu reden, hat versucht, Sachen zu ändern. Aber die Satzungen und Ordnungen sind halt so in dem DSB-Handbuch geregelt, dass man nichts machen kann, weil die können wirklich entscheiden, wen geben sie Blitz, wen geben sie Schnellschach und wie legen sie ihre Termine der Frauen-Bundesliga an. Aber das sind doch gewählte Ehrenamtliche. Das sind gewählte Ehrenamtliche. Die wurden auch beim Bundeskongress jetzt im Mai, wurde der Pötzke als Vorsitzender wieder gewählt. Und im Endeffekt, okay, das ist auch meine Schuld. Ich wusste gar nicht, dass es da wieder Widerwahlen gab. Sonst wäre ich da hingefahren, hätte er mich selbst zur Kandidatur gestellt oder hätte zumindest jemanden gesucht, der diesen Posten gewissenhafter ausführt oder eben mehr in Richtung, was bringt es den Frauen, wo dann die Vorteile der Frauen sind und nicht ihre eigenen Vorteile. Also bist du nicht ganz zufrieden? Naja, die Frauenkommission ist vor zwei Jahren fing da eben, also das erste Mal, als es mir negativ aufgefallen ist, war vor zwei Jahren. Da gab es eben die Terminierung der Frauen-Bundesliga und da gab es einen Termin zeitgleich mit der Mannschafts-Obermeisterschaft in Reykjavik. Und da hatte ich eben damals auch die Frauenkommission darauf aufmerksam gemacht, dass sie den Frauen-Bundesliga-Termin mit Reykjavik gleichstellen und dann fehlen erstmal alle Nationalspielerinnen und eben auch Nationalspielerinnen von den anderen Ländern. Und da hatte eben auch der Schachbund mit denen geredet und das haben sie dann auch geändert. Und dann ging es eben, dieses Jahr gibt es halt wieder einen neuen Terminplan und da gibt es halt wieder eine Überschneidung. Die erste Überschneidung war halt am 15. und 16. Oktober haben sie den Frauen-Bundesliga-Termin gesetzt und der ist halt zeitgleich mit dem Europapokal. Und dann frage ich mich, okay, wenn das zielt... Aber da spielen ja sehr viele mit, oder? Naja, aber der Witz ist ja, die Frauen-Bundesliga und die Männer-Bundesliga, die spielen ja um die Meisterschaft, auch weil dann eben die ersten oder zweiten oder drittplatzierten das Recht haben zum Europapokal zu fahren. Wenn man jetzt aber die Frauen-Bundesliga oder die Männer-Bundesliga an den gleichen Termin wie den Europapokal legt, dann ist das für mich ja irgendwie ein Widerspruch. Das macht ja gar keinen Sinn. Ne, und irgendwie kommt das? Na, die gucken halt nicht in den FIDE-Kalender und die gucken auch nicht in den Kalender im Deutschen Schachbund. Das ist meine Vermutung, weil es war halt 2015 schon so und 2017. Na, jedenfalls hat der Schachbund wieder dann eben mit denen gesprochen und auch einige Mannschaften aus der Frauen-Bundesliga, Bad Königshofen hatte mit denen gesprochen und da haben sie sich auch bereit erklärt, jetzt letztendlich diesen Termin zu ändern und dann gab es halt noch einen zweiten Termin, der ist nächstes Jahr am Januar, am 27. und 28. Januar. Der ist zeitgleich mit Gibraltar und Moskau oben und den wollen sie nicht ändern. Da stellen sie sich quer. Und im Endeffekt, Gibraltar, Moskau. Wir spielen auch viele Frauen. Sehr viele Frauen. Ich könnte mal aufzählen. Baden-Baden, ja. Muzischuk, beide sind zwei. Stefanova, drei. Die spielen jedes Jahr. Achamira, das ist vier. Dann haben wir noch Josefine, sind fünf, also schon ganz alleine schon fünf Frauen hundertprozentig von Baden-Baden, die an dem Tag nicht können. Ich meine, okay, ich gebe zu, ich spiele auch eigentlich normalerweise Gibraltar. Da möchte eventuell nächstes Jahr auch Sarah Gibraltar spielen. Also wir kommen schon auf, das sind gerade mal zwei Vereine, dann haben wir noch die beiden Iranerinnen aus Hamburg, die spielen immer Gibraltar. Also Hamburg ist in dem Match ohne Iranerin und die haben die Iranerin immer. Und wenn ja die Frauen-Bundesliga-Runde in Gibraltar spielt, wäre das nicht die Lösung? Das wäre eine Lösung, weil ich glaube, wir hätten genug Spielerinnen, um praktisch diese Meisterschaften auch vor Ort sozusagen zu verschieben. Klar, hätten wir. Aber sie weigern sich halt, weil sie sagen, es ist ein Privattermin. Und also ein Privatsurnier und Privatsurniere ändern sie nicht. Ich hatte damals den Pötke angeschrieben, gefragt, warum nicht auf den 12. und 13. Januar oder auf den 20. und 21. Januar, wie es all die Jahre war. Und da meinte er, okay, 20. und 21. Januar ist Zweite Bänder-Bundesliga und 12. und 13. Januar ist die Pokalvorrunde. Daraufhin frage ich, okay, wie viele Frauen nehmen dann an der Pokalvorrunde teil? Und dann bekomme ich als Antwort, ich möchte an einem Sonntag mit mir darüber nicht diskutieren. Okay, also ich merke schon, das Leben als Schachprofi und besonders als Frau ist nicht so ganz einfach. Du bist ja Schachprofi und wenn man jetzt so dem Nachwuchs oder vielleicht Mädchen eine Empfehlung aussprechen möchte, also es gibt ja Spielerinnen, die jetzt so sehr talentiert sind, würdest du denen empfehlen, Profi zu werden? Profi in Deutschland, naja, also wie soll ich sagen, im Endeffekt, es kommt halt wirklich darauf an, wo du wo du eigentlich in welchem Land du sozusagen Profi bist, weil ich meine mit meiner Edu-Zeit, ich komme als Profi durch, aber wäre ich jetzt 17 der Weltrangliste, aber wäre ich jetzt zum Beispiel Georgierin oder eben Russin oder Chinesin, hätte ich eine viel stärkere Föderation praktisch als Unterstützer und dann wäre es viel leichter in den Grand Prix oder in andere Turniere Wildcards zu bekommen. Warum sind diese Föderationen stärker? Der deutsche Schachbund ist doch so groß. Der deutsche Schachbund ist groß und hat wahrscheinlich die größte Mitgliederzahl überhaupt, aber er ist halt nicht korrupt. Ich will jetzt nicht immer irgendwelchen anderen Föderationen unterstellen, dass sie es sind, aber manchmal hat man eben das Gefühl, das könnte damit zusammenhängen. Also es gibt eine gewisse Vetternwirtschaft. Es gibt eine Vetternwirtschaft und ich meine, es ist halt so, die Chinesen sagen okay, sie richten jetzt irgendein Turnier aus und wollen dafür eben drei Wildcards haben für die nächsten paar Events und dann gibt es halt das Gleiche in Russland und abgesehen davon, Russland ist halt auch Putin und Moschinov, da hat man auch viele Geschichten gehört. Deswegen hat Russland sowieso eine Eigenstellung in der Fide und ja, Georgien und Armenien und der ganze Kaukasus, Aserbaidschan, die haben halt den Sponsor Sokar, wo praktisch sie vielleicht irgendwelche Vorzeiten anhand von Wildcards bekommen und es ist halt so, du brauchst eine starke Föderation, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit leichter in solche Top-Turniere, wie zum Beispiel die Grand Prix reinzukommen. Wird es ein Georgier heiraten müssen? Hätte ich vielleicht sogar hingekriegt, aber im Endeffekt die Föderation nach Georgien zu wechseln ergibt ja eigentlich keinen Sinn, weil die haben eigentlich genug Spieler, so ist ja nicht die brauchen mich ja gar nicht. Ja, da haben wir jetzt sehr viel erfahren aus der Schachwelt. Gibt es irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt? Ja, ich möchte noch eine Sache hier erwähnen, die mich sehr enttäuscht hat und zwar ist es wieder in Bezug auf die Frauenkommission während der Ländermeisterschaften im Braunfels die im Juni stattgefunden haben, hat unsere Thüringer Präsidentin, Schachpräsidentin Diana Skippe die Flyer zu unserem Turnier ausgeteilt. Erfurt. Erfurt und diese Flyer sind auch Turnier des DSBs, möchte ich sagen. Auch die Ländermeisterschaft im Braunfels ist eigentlich ein DSB-Turnier, weil es eben ein offizielles Event ist. Und sie hat eben diese Flyer ausgeteilt vor der Runde an alle Spielerinnen und der Wolfgang Fiedler ist eben dort Schießrichter gewesen, der ist dort immer Schießrichter und genauso die Frauenkommission ist während der Ländermeisterschaft mit dem Dan Pötzke und Wolfgang Fiedler, die sind immer anwesend. Die leiten das mit und die organisieren das auch mit, auch wenn es eigentlich ein DSB-Turnier ist. Jedenfalls hat sie die Flyer ausgeteilt und daraufhin ist Wolfgang Fiedler, frage ich, hat das gesehen, hat die Flyer genommen, ist zum Mülleimer gegangen, hat die zerrissen und in den Mülleimer geschmissen. Wollte keine Werbung für das Frauenschach, ja? Er wollte keine Werbung für das Frauenschach, obwohl er eigentlich Mitglied der Frauenkommission ist. Und daraufhin hat der Jürgen Müller, der war halt dort gewesen vor Ort, der hat das Diana... Von Königshofen, der hat das Diana Skippe und unserer Präsidentin gezeigt und ist dann auch auf Pötzke und Fiedler zu und hat sie zur Rede gestellt und hat gemeint, dass sie gerade eigentlich auch Eigentum des DSBs zerstören, weil das ist ja nicht nur eine Werbung für das Frauen-Event, da ist ja auch die Blitzmeisterschaften und Schnellschachmeisterschaften mit dabei und sie zerstören das gerade und Dan-Peter Pötzke, der Vorsitzende, hat eigentlich nicht wirklich da was dazu gesagt. Gab es dann irgendein Argument dafür? Also das Argument von Dan war angeblich, so wie ich es gehört habe, ja, der Fiedler ist halt so. Mehr wurde dazu nicht gesagt und der Fiedler hat gemeint, der Duell das halt nicht in seinem Turnier praktisch das Werbung für ein Turnier gemacht wird, was zur Konkurrenz zu seinem Turnier im Boden meist steht. Und für mich ist es halt sehr traurig, dass ich weiß, dass diese beiden die Frauenkommission leiten, aber Sachen zerstören, die den Frauen zugutekommen sollen. Das ist für mich ein Widerspruch und da frage ich mich wirklich, was haben die beiden eigentlich in der Frauenkommission verloren? Für mich ist eine Frauenkommission eine Kommission, die praktisch sich für die Frauen einsetzt, die irgendwie das Frauenschach voranbringt, die versucht, Werbung für das Frauenschach zu machen. Aber was ich sehe, ist eigentlich nicht eine Frauenkommission, sondern eine Vorteilskommission. Eine Vorteilskommission in der Hinsicht, dass die beiden einfach alles machen, was zu ihrem Vorteil ist. Zumindest erweckt das bei mir den Eindruck und das ist halt Flyer zerreißen und in den Mülleimer zu schmeißen. Ich meine ganz ehrlich, abgesehen davon, dass wir dafür Geld bezahlt haben, das geht eigentlich gar nicht. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay, dann sage ich vielen Dank.